Oh! Weiter, André! Denkst du euch? Kein, ich störe ich! Oh! Oh, und, und? Jawoll! Auf, André! Auf, André! Jawoll! Ich bin doch, wer dein Arbeitgeber ist! Der hat überhaupt nicht getroffen. Der hat auch nicht getroffen. Ja! Ausatmen! Ja! 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 Das war das Finale zwischen Eintracht Walden und der TSV Höppingen. Endstand nach. Neun-Meter-Schief. 4 zu 5. Jetzt fehlen da noch von ein paar Trainern ihre Stimmen für den besten Hallenspieler und den besten Torwart. Wenn wir das haben, können wir umgehend mit der Siegerehrung beginnen.